so leute und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von let's play fallout 3 am mikrofon begrüßt euch wie immer euer omnibusfahrer ja die letzte folge war ein bisschen kürzer weil da auf einmal das spiel abgeschmiert ist und wir versuchen das ganze jetzt einfach noch einmal was aber hier eine leere flasche ein kaputtes radio ein glaskrug ich kann sachen aktivieren hier ist es dunkel und unheimlich leute ich habe ich habe echt schiss jetzt gerade im moment ist es gruselig hier ok die toilette funktioniert das waschbecken funktioniert auch ich mache wieder schnell speicher punkt ich soll das terminal nicht finden dieser komische doktor der hat uns alle in diesen komischen schlaf versetzt und will nicht dass wir wieder aufwachen okay ich kann mich hinsetzen muss jetzt alles mal ganz genau und analytisch betrachten irgendwie vielleicht findet sich irgendwo ein hinweis aber es geht ja auch noch eine treppe hoch hinsetzen sessel mich wundert dass ich so sachen anklicken kann dass sie dann so komisch piepen ohne schmarrn leute ich habe schiss das ist jetzt das ist jetzt fast wie so ein wie so ein hartes grusel game weil ich nicht weiß was passiert als nächstes vor allem weil die eine alte frau gesagt hat der will nicht dass sie aus diesem schlaf erwachen und drum habe ich jetzt schon ein bisschen schiss weil ich nicht weiß was passieren wird okay das funktioniert das funktioniert auch normal hier ist das schlafzimmer hier steht irgendwas hier ist das badezimmer und hier geht es wieder nach unten hier sind bett gute frau es passiert hier nichts muss mit der guten frau noch mal reden vielleicht muss ich mich hier draußen ein bisschen umschauen ich muss noch mal mit dieser komischen frau reden hey denk daran was ich dir gesagt habe das notprogramm du musst es finden ja ja wo war der failsafe gleich ich habe das verlassene haus besucht aber aber nix hast du nachgesehen hast du dich wirklich gründlich umgesehen weißt du es genügt nicht nur mit den augen zu sehen sie dir braun an denkst du er sich wirklich wie dieses mädchen aus er verbirgt und verdreht die wahrheit du musst das notprogramm finden das notprogramm ist im verlassenen haus das verräter aber niemandem das ist auch der grund warum da keiner rein darf ich glaube ja dass ich da irgendwie nehmen in einer bestimmten reihenfolge diese warum ich da in einer bestimmten reihenfolge diese sachen anklicken muss das kann doch nicht so schwer sein und so viele verschiedene kombinationen kann es doch da auch nicht geben wir schauen jetzt noch mal oben aber ich glaube oben war ja auch nichts was man irgendwie anklicken könnte es waren nur hier unten diese sachen ne die sachen sind da unten ich probiere es jetzt einfach noch mal was war das jetzt okay die musik hat sich nur neu gestartet oh okay aha okay ich glaube ich habe es okay falsch okay falsch okay falsch okay falsch oh falsch so das denn so ist das falsch es ist doch erst radio so und jetzt gibt es noch zwei möglichkeiten entweder das oder das aber egal was ich mache es ist falsch ja falsch ja falsch ja falsch ich komme nicht drauf ich komme nicht drauf so es muss das radio sein ich probiere es jetzt noch mal andersrum vielleicht in der bestimmten zeit ne 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 ich habe keine Ahnung wer bist du du bist der Bill Foster warte da draußen steht doch auch noch was da steht doch eine Hundehütte ne da kann ich aber nichts machen vielleicht darf ich nur die drei da drücken und mehr nicht und mit wem habe ich hier zu tun wer ist Betty Betty naja sie ist eben Betty du weißt schon du solltest die wirklich lieber nicht warten lassen hm Wohnhaus der Neubaums das ist die Pet Wohnhaus der Rockwells guten Tag guten Tag Keller des Rockwell Hauses hallo 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 haben sie meinen Vater gesehen hast du ihn verloren keine Sorge du wirst ihn bestimmt bald wiederfinden ah toll nichts von dem ist echt das ist alles nur ein verrücktes Experiment ja klar wenn du das sagst wird es wohl so sein muss jetzt gehen tschüss ja tschüss wieso gibt es hier einen Keller in keinem anderen Haus gibt es einen Keller nur in diesem hier auch dieses schwarz-weiß das macht es nicht gerade ungruselige hallo guten Tag hallo hallo guten Tag der Bill Foster den habe ich auch schon und mal gesehen Wohnhaus der Simpsons hat die gerade telefoniert aber die Häuser sind so karg alle eingerichtet hallo die sind so leer hallo hallo die sind alle so leer da gibt es keine Kleiderschränke zum Beispiel guten Tag Scheibenkleister ja ich muss dieses Notprogramm finden kann ich nochmal mit der alten Frau reden die Musik macht mich irgendwann wahnsinnig hallo alte Frau Dieters wo bist denn du dieser Traum hat sich zu einem Albtraum entwickelt es muss da drin sein es muss einfach kann gar nicht anders denk daran was ich dir gesagt habe das Notprogramm du musst es finden hast du nachgesehen? hast du dich wirklich gründlich umgesehen? ja weißt du es genügt nicht nur mit den Augen zu sehen sieh dir Braun an denkst du er sieht wirklich wie dieses Mädchen aus? er verbirgt und verdreht die Wahrheit du musst das Notprogramm finden boah wen soll ich nochmal zum weinen bringen? wie hat der geheißen? ach ich hab keinen ich hab keinen Pip-Boy dran du möchtest nicht mit mir spielen darum möchte ich auch mit dir nicht sprechen du wirst deinen Papa nie finden du möchtest nicht mit mir spielen darum möchte ich auch mit dir nicht sprechen du wirst deinen Papa nie finden ach die sitzt gerade vorwärts da ich dachte die steht da und hat da hinten einen Pferdeschwanz und dann dachte ich hä? die ist doch irgendwie da kleiner geworden dieses Auto sieht auch ein bisschen älter aus händersen wohnen aus der Rockwells wohnen aus den Nussbaums ist das das Haus der Nussbaums? ah da ist er hallo möchtest du spielen? Betty sagt ich soll sie zum weinen bringen was? nein das hat sie nicht oder etwa doch? ja ich mag sie nicht sie ist unheimlich und lacht über Dinge die nicht lustig sind ja naja was sollen wir machen? ich finde diesen Code in diesem Haus nicht als ist es das einzige was mir jetzt noch bleibt du bist ein großer dummer Lügner ja das bin ich da hast du recht und ich hab's nicht anders verdient die Broschüre wirbt für die Hoffmannsche Trainingsakademie die Schlagzeile lautet wir machen die Straftäter von heute zu den Anführern von morgen aha toll hallo möchtest du spielen? schau was ich habe sie schicken dich auf die Militärschule was? nein ich hab die Broschüre hier los geht's Kumpel aber aber ich will nicht ich will bei meiner Mama bleiben aha funktioniert also doch super jetzt hab ich Karma verloren ist ja ganz toll hallo aber ein anderer Weg fällt mir jetzt gerade nicht ein ich dachte du wolltest nicht spielen aber du hast es trotzdem getan gut für dich hat doch Spaß gemacht oder? eine raffinierte Methode ich weiß nicht ob ich darauf gekommen wäre sehr ermutigend der Preis für den Sieg ist eine einzige Frage die ich offen und ehrlich beantworten werde wo ist mein Vater? ich spiele keine dieser Spielchen mehr mit wo ist mein Vater? wie komme ich hier raus? ach schwierig ist eine Frage die er offen und ehrlich beantworten wird was ist das für ein Ort? wer sind sie eigentlich? wie komme ich hier raus? wie komme ich hier raus? scheiße ich kann auch keinen Schnellsprecherpunkt mehr setzen sehr interessant vor allem nicht das was ich erwartet hatte du gehst erst wenn ich es sage dieser Ort ist unter meiner Kontrolle und ich bestimme wann du gehst nein ich werde nichts weiter für sie tun was muss ich sonst noch tun? eine gute Frage Timmy war einfach und darum langweilig ich wünsche mir mehr echte Unterhaltung die Rockwells führen eine Bilderbuch-Ehe ändere das sie sollen sich trennen ohne dass du einen der beiden tötest wenn du es schaffst habe ich was zu lachen dann können wir weiterreden das war so klar das war irgendwie so klar ich muss nochmal in dieses verlassene Haus rein dann komme ich hier rein und bringe alles durcheinander vielleicht muss ich es anders probieren ne ein anderes Ding gibt es aber auch nicht einen anderen Schalter es gibt keinen anderen Schalter hier wo ich noch drauf drücken könnte aktiviere das Notprogramm hier gibt es aber auch nicht mehr zu sehen Licht gibt es auch keins ich schaue nochmal nach versteckten Sachen ne hier gibt es bloß noch ein Sessel zum Hinsetzen jetzt oben noch was was ich drücken kann hm 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 Ich habe keine Ahnung. Ja, und meine Uhr sagt mir, dass es schon wieder Zeit ist. Deshalb würde ich sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Und ich schaue jetzt einfach mal im Internet nach, wie man dieses Rätsel hier löst. Weil ihr wart ja dabei, also irgendwie komme ich da jetzt hier nicht weiter. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, euer Busfahrer.